Ja, und Halli-Hallo-Hallöchen zu einer neuen Aufnahme DC Universe Online. Drücke K, um deinen Kraftpunkt einzusetzen. Äh, okay. Kräfte. Kräfte? Fertigkeiten? Waffen? Apropatik? Äh, okay. Äh, okay. Gut, besiege den Wachpasten. Okay, ich bin Oracle und wir holen dich von diesem Schiff. Patsch, patsch, patsch. Hier. Da klatscht's. Da klatscht's. Whoa. Was war denn das? Sie haben mein Hackprogramm geknackt. Sie haben mein Hackprogramm geknackt. Das Schiff weiß, dass du frei bist. Vorsicht. Alle Einheiten in Potenzion gehen. Mensch, festhalten Sie. Pau, 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 pau. Wart ich bereit? Meine Messungen zeigen, dass sich Truppen hinter dieser Tür sammeln. Tatsch, tatsch, tatsch. Hier. Pau, 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 pau. Wir haben B jetzt. Komm, 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 komm. Komm, tatsch. Äh. Whoa, 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 whoa. Komm, mein B, komm, 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 komm. Patsch, tatsch. Yay. So, hier müssen auch noch welche sein. Ja, und ich hoffe, der ein oder andere weiß von euch, wie ich hier Leute annehmen kann. Oh Gott, schon wieder so ein Riesenvieh. Die packe ich gar nicht. Ich mag die fetten Viecher nicht. Ja, in der flotte, da da. Touch, 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 touch. Komm, 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 komm. Touch. Aufladung Überladung raus. Aufleidung, Überleidung, Bums. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 der will wieder böse zu mir sein. Aufleidung, Überleidung, Bums. War ein Aufseher. Holen wir dich erstmal auf Ihrem Patrouillebereich. Such nach einer Transporträure über dir. Okay. Drücke F, um in den Bewegungsmodus zu gelangen und weit entfernte Orte zu erreichen. Okay. Hallo. Wie bin ich? Alle Einheiten. Das Objekt befindet sich nicht länger in den Hauptkorridoren. Durchsuch das Schiff. Da. Beschlagen. Das gesamte Schiff ist mit Brainiac verbunden. Du musst in Bewegung bleiben. Ich bleibe in Bewegung. Ich bleibe in Bewegung. Ach, scheiße. Da komm ich nicht runter. Ähm. Mach dich bereit. Das Schiff schickt dir weitere Sicherheitskräfte auf den Hals. Ach, ja. Die Dömer kommen hier. Ba, 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 ba. Jetzt bekommt ihr's mit Puzzi zu tun. Quatsch, dort gibt's irgendwie zu fressen hier. Quatsch. Ich glaub euch halt. So, jetzt auch von allen Seiten hin. Äh, da. Äh, da, dort, dort. Quatsch. 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 Also es ist wirklich viel viel effektiver, ähm. Äm. Ja. Um. Lange kurze Schläge zu machen, sagen wir's mal so. Bewegung in du Korridor und du Autotot. Bewegung in du Korridor und du Autototot. Haltet Menschen auf. Haltet Menschen auf, ich halte euch auf. Hey. Zack. Und nur, jetzt gibt es bei dir ein paar auf die Busche. Schleiche dich an den Patrouillen vorbei. Vor dir liegt ein Hochsicherheitsnetzwerk. Geh hin und benutze die Transportröhre. Geh hin und benutze die Transportröhre. Aber ich will mich gar nicht vorbeischleichen, ich will die alle kaputt schlagen. Ratsch, ratsch, kutsch, 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 kutsch! Ratsch, da, 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 da! Noch einer, noch einer! Oh mein Freund, komm! Ratsch, mit einem Schlag hier außer Gefecht gesetzt. Warten da, Tiers, nicht kaputt hauen. Wollen sie da unten rein? Wollen sie da rein? Uiuiui! Pau! Ui, ein Auto. Ähm. Okay. Ich, wir sind hier lang. E halten. Okay. Ich lauf mit einem Kühlschrank rum. Ich lauf mit einem Kühlschrank rum. Yay! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, da hinten ist wieder so'n Fetty. Zieht euch mal den rein. ich sitze auf meinem kühlschrank vielleicht muss ich ja hier reinschmeißen ach was haben wir hier drücke in der nähe so viele fette alle einheiten in position gehen mensch fest heute naja da aber nicht mit mir nicht mit mir ich muss ja eine seite rein ich nehme eine kühlschrank mit vielleicht haben wir was zu essen drücke rechte maustaste oder linke maustaste um ein objekt zu werfen ich will werfen ich will werfen ich will werfen ich will werfen ich vermöbel ich vermöbel heute der dritte r mann und wo sie den nächsten wenn ich mir erstmal guck mal guck mal und wie das fetzt und wie das fetzt hier alle kaputt klatschen alles zustellung ich will die fesse alle kaputt machen ich glaub das bringt mir energie wenn ich die fesse hier kaputt mache ja das bringt es das bringt was so so zustellung einer wahren lieferung von der erde da gibt es noch ein paar fässchen hier hallo fässchen hallo fässchen noch mehr fässchen hallo fässchen hallo zerstöre oder zerstöre die fässer ja das mach ich doch schon fetz mich ne noch mehr fässchen noch mehr fässchen fässchen so noch welche d d d d d d d Untertitelung des ZDF, 2020